Heute mit der Start Nr. 5, Carsten Lennert als Kirito von Swerve Art Online. Viel Spaß! Da es alles hier nur ein Spiel ist, kann man tun, was man will. Wenn du etwas willst, nimm es dir. Und wenn du jemanden töten willst, töt ihn halt. Ich habe durchaus mehr Personen gebrochen, die so denken als mir liebens. Selbst ich habe eines so gedacht. Doch in diesem Death Game, in Swerve Art Online, ist das alles anders. Denn unsere Realität spielt sich gerade hier und jetzt in dieser virtuellen Welt ab. Und allein auf diesem Grund gibt es Dinge, die einfach beschützt werden müssen. Suche konnte ich damals nicht befürchten. Auch Yuri wurde uns genommen. Doch das Versprechen ist eine Asuna gegeben haben. Es ist sie wieder die reale Welt zu unterbringen. Das werde ich halten. Kiriko-san. Kiriko. 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 Ah, ah. Vielleicht. Kaiyama? Ah. Oh, oh. Oh, oh. Vielen Dank.